Was bilden wir in vielen unterschiedlichen Sparten aus? Wir bilden in der Informatik aus, wir bilden in der Bildverarbeitung aus, in der Kartografie aus, teilweise auch ein bisschen in der Geodäsie. Wir bilden im Geomarketing aus, sodass der Student hier auch sehr breit ausgebildet wird. Wenn er von der Hochschule geht, dann kann er zum Beispiel programmieren, ist nicht nur speziell dann vorbereitet für den Geoinformatiker bzw. den Geoinformationsmanager, sondern kann im Grunde genommen seine Programmierkenntnisse auch in einem größeren Umfeld einsetzen und von daher hat er sehr große Berufschancen.